Herzlich willkommen in der Lahntal-Klinik in Bad Ems. Nehmen Sie sich etwas Zeit und lernen Sie uns näher kennen. Wir sind eine mehrfach zertifizierte Rehabilitationsklinik der Deutschen Rentenversicherung Rheinland und behandeln orthopädische Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates, vor allem Schäden an der Wirbelsäule und an den Gelenken. Auch internistische Begleiterkrankungen werden hier bei uns in der Lahntal-Klinik behandelt. Als Patient unseres Hauses stehen Sie stets im Mittelpunkt unseres Handelns. An der Rezeption der Lahntal-Klinik begrüßen Sie unsere Mitarbeiter und sind während des Aufenthalts jederzeit für Sie ansprechbar. Die Einrichtung der Klinik lässt keine Wünsche übrig. Alle Zimmer sind als Einzelzimmer mit eigener Dusche, WC, Balkon, Fernseher und Telefon eingerichtet. Selbstverständlich verfügen wir auch über behindertenfreundliche Zimmer. Die Muskelgruppen der Arme, Beine und der Wirbelsäule werden in der medizinischen Trainingstherapie an verschiedenen Geräten gezielt trainiert. Durch den thermischen Effekt und die Auftriebskraft des Wassers können Bewegungen im gleichnamigen Bewegungsbad ohne Belastung durch das eigene Körpergewicht durchgeführt werden. Besonders geeignet ist diese Therapie für Patienten mit künstlichem Hüft- und Chemiegelenkersatz sowie Gelenkschmerzen. Die Lahntal-Klinik ist auch für Notfälle bestens ausgestattet. Unter anderem steht den Patientinnen und Patienten ein klinikeigenes Labor zur Verfügung. Außerdem werden Ultraschalluntersuchungen, Röntgenuntersuchungen sowie Untersuchungen des Herzensmittels EKG und Ultraschall durchgeführt. Um den Patienten über die Veränderungen und Verlauf seines Klinikaufenthalts auf den aktuellsten Stand zu bringen, finden täglich Besprechungen über den medizinischen Verlauf des Aufenthalts in der Klinik statt. Durch die Unterstützung der Physiotherapeuten und Sportlehrer wird versucht, muskuläre Defizite und Bewegungsstörungen zu korrigieren und nach größeren Operationen die Gehfähigkeit sowie Belastbarkeit wiederherzustellen. Auch der Geist und die Seele sowie das subjektive Empfinden spielen bei der Gesundung eine wesentliche Rolle. Psychologen helfen bei Problemen, Schmerzverarbeitungsstörungen, Stressbelastungen und unterstützen damit den Heilungsverlauf. Die Landtaglinik in Bad Ems kombiniert klassische schulmedizinische Behandlungsverfahren mit alternativen Behandlungsmethoden. Im Rahmen von Forschungen und der Supervision von naturwissenschaftlich arbeitenden und ausgebildeten Ärzten steht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Arzt aus China zur Seite. Neben den medizinischen Einrichtungen und Vorzügen der Landtaglinik wird der Besuch in der Bad Emser Klinik durch den wunderschönen Blick auf der Dachterrasse über das Lahntal abgerundet. Sollten Sie Interesse an einem Rehabilitationsaufenthalt in der Lahntal-Klinik haben,